Bei der ersten Übung, der Stuhl, stehen sich die beiden Partner nahe gegenüber und greifen sich im halben Klammergriff. Das heißt, einer greift den Unterarm des anderen von oben und der andere greift den Unterarm von unten. Ihr lehnt euch nach hinten, gebt Gewicht ab und setzt euch dabei auf einen gedachten Stuhl. Dadurch, dass ihr Gewicht abgebt, stützt ihr euch gegenseitig von alleine und könnt diese Position halten. Nickt euch kurz zu, um die Position wieder zu verlassen.